Probier's mal mit Gemütlichkeit Probier's mal mit Gemütlichkeit lautet der Titel eines bekannten Disney-Hits. Jeder von ihnen kennt das Bild des drolligen und unbekümmerten Bären Baloo, der durch den Dschungel tanzt und Mowgli die Kunst der Gelassenheit lehrt, die ihn in seinem Leben weiterbringen soll. Es mag so simpel klingen und doch fehlt vielen Menschen im Alltag die Fähigkeit, gelassen zu sein, sich gehen zu lassen, einfach einmal einen Moment innezuhalten und sich ihrer Umwelt bewusst zu werden. Stress, Gereiztheit und das Gefühl, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, sind die Folge. Fühlen sie sich auch manchmal verloren in der Schnelllebigkeit des Alltags? Reagieren sie eventuell auf viele Dinge unangemessen aufbrausend oder fallen sie möglicherweise regelmäßig in ein tiefes Loch der Erschöpfung, weil ihr Alltag sie zu überfordern droht? All diese Symptome sind Folgen einer fehlenden Gelassenheit. Doch weder sind sie mit diesen allein, noch sind sie unheilbar. Mit den folgenden Tipps und Übungen wird es ihnen Stück für Stück gelingen, eine Basis in ihrem Leben zu entdecken, einen Ruhepol, zu dem sie immer wieder zurückkehren können und der sie in einen Zustand wohliger Entspannung führen kann. Also, lassen Sie sich einfach auf die kleinen Übungen in diesem Ratgeber ein und trauen Sie sich, den ersten Schritt zu Ihrer Gelassenheit zu tun. Probieren auch Sie es mal mit Gemütlichkeit. Der Wert der Gelassenheit Gelassenheit war schon immer eine erstrebenswerte Tugend. Schon in der Antike beschäftigten sich Philosophen mit der Kunst der Entspannung und suchten nach Techniken, diesen Zustand zu erreichen. Die Stoiker und auch Platon zum Beispiel sahen die besonnene Gelassenheit als eine der größten Tugenden des Menschen an. Doch was genau bedeutet eigentlich Gelassenheit? Und was bedeutet es, ein gelassenes Leben zu führen? Das Wort Gelassenheit bedeutet in seiner ursprünglichen Form etwas wie Gottergebenheit. Der gelassene Mensch akzeptiert also, was Gott für ihn bereithält. Er akzeptiert sein Schicksal und sein Leben. Auch der US-amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr sieht den Ursprung der Gelassenheit in Gott und fasste seinen Wunsch nach Gelassenheit folgendermaßen zusammen. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Gott gebe mir Geduld mit Veränderungen, die ihre Zeit brauchen und Wertschätzung für alles, was ich habe, Toleranz gegenüber jenen mit anderen Schwierigkeiten und die Kraft aufzustehen und es wieder zu versuchen, nur für heute. Dieses Gedicht sucht die Fähigkeit zur Gelassenheit in einem göttlichen Wesen. Gelassenheit ist jedoch eine Fähigkeit, die gerade in der heutigen Zeit nicht mehr dem Glauben an eine übermenschliche Instanz, sondern eher dem Entdecken des eigenen Selbst zugesprochen wird. Wer sich auf die Suche nach innerer Ruhe und Genügsamkeit macht, der wird schon bald feststellen, dass, besonders in der heutigen Welt, die von einem stetigen Streben nach Entwicklung und Fortschritt geprägt ist, Gelassenheit oft auf der Strecke bleibt. Jeder versucht, sein Leben mit so wenigen Fehltritten wie nur möglich zu meistern und plant bereits jetzt den Urlaub in zwei Jahren voraus. Wer hat neben dem Job oder dem Studium, der Familie und der Liebe noch Zeit, sich zu entspannen? Das kann man doch auch im Sommerurlaub machen. Oder in der Rente. Um erfolgreich zu sein, muss man schließlich auf einen derartigen Luxus verzichten können. Oder? Nein. Völlig falsch. Gelassenheit ist kein Luxus, den sich nur einige wenige Privilegierte leisten können. Genauso wenig ist es etwas, das nur denen vorbehalten ist, die kein anstrengendes Leben führen wollen und keinen Wert auf Erfolg legen. Gelassenheit ist ein Allgemeingut. Etwas, das jedem zusteht und jedem dabei hilft, sein Leben erfolgreich zu führen. Wozu führt ein Leben in Gelassenheit? Wer die Fähigkeit der Gelassenheit beherrscht, der verbessert nicht nur sein Allgemeinwohl und seine Gesundheit, sondern der wird auch merken, dass er in seinem Leben viel weiterkommt. Wer Gelassenheit ausstrahlt, dem begegnen andere mit Respekt und Zuneigung. Besonders ersichtlich ist dies bei Tieren und Säuglingen. Stellen Sie sich ein Baby vor, das bei einer nervösen Person auf dem Schoß sitzen soll. Was wird wohl passieren? Das Kind wird hibbelig. Es spürt die Unsicherheit und Rastlosigkeit des Anderen und fängt wahrscheinlich an zu weinen. Sitzt es stattdessen aber auf dem Schoß eines entspannten und selbstsicheren Menschen, wird es von dieser Ruhe angesteckt und fühlt sich wohl. Menschen und auch Tiere sind Imitationswesen. So wie sie angesteckt werden von einem Gähnen, werden sie auch angesteckt von Unruhe. Deshalb begegnet der Mensch gelassenen Menschen unbewusst mit Freundlichkeit. Ein Sprichwort besagt, dass der Mensch nur dann die Wahrheit sagt, wenn er wütend ist. Wie viele nicht durchdachte Aussagen haben sie schon in Rage oder Austrotz getätigt, obwohl sie sie nicht so gemeint haben oder besser für sich behalten hätten. Wer sich nicht unter Kontrolle hat, dem rutscht so manches Missgeschick heraus. Wer jedoch besonnen reagiert, der wird für seinen kühlen Kopf bewundert und respektiert. Aber nicht nur das verbessern sie mit mehr Gelassenheit. Auch Hindernissen und Herausforderungen werden sie mit einer neuen Leichtigkeit begegnen. Wenn sie in sich selbst ruhen, werden ihnen Fehltritte oder Schicksalsschläge nicht mehr so viel ausmachen. Und anstatt sich mit dem Frust hinzugeben, werden sie es danach womöglich noch einmal versuchen. Wer aufgibt, hat schon verloren, heißt es im Volksmund. Ein gelassener Mensch gibt nicht so leicht auf, denn er hat erkannt, dass das Leben aus Höhen und aus Tiefen besteht.